Nach beinahe einem Jahr Transferdrama soll es jetzt erneut zu sein, Joao Palinja soll zum FC Bayern München wechseln. Alle Infos dazu bekommst du in diesem Video. Und was ich euch als allererste zeigen möchte, ist dieses Short. Denn in dem Short, was ich am 30. August 2023 hochgeladen habe, also vor fast einem Jahr, habe ich das erste Mal darüber berichtet, dass Joao Palinja zum FC Bayern München wechseln könnte. Das war kurz vorm Deadline-Day, dann wissen wir alle, der Transfer ist geplatzt. Und heute Morgen kam dann der Transfer, beziehungsweise nicht heute Morgen, sondern vor ungefähr einer Stunde kam, von Florian Plettenberg exklusiv, es ist fast ein Done-Deal jetzt, Joao Palinja wird zum FC Bayern München wechseln. Nur ein paar kleine Details müssen noch geklärt werden zwischen dem FC Bayern München und Fulham. Und wenig später, beziehungsweise auch heute Morgen, heute Vormittag schon, hat ebenfalls Florian Plettenberg beschrieben, bei der FC Bayern München hat er einen weiteren Breakthrough, also einen weiteren Durchbruch in den Gesprächen, um Joao Palinja zu verpflichten. Man ist kurz davor, eine Einigung mit Fulham zu bekommen. Die Vereine müssen nur noch die finalen Details besprechen, um den Transfer dann eben in den kommenden Tagen durchzuboxen, wie berichtet wurde von Sky Sport News. Und dann kam es jetzt nochmal vor wenigen Minuten rein, Joao Palinja, New Player of FC Bayern München. Also Joao Palinja ist bald ein neuer Spieler. More exklusive Details, mehr exklusive Details zum Transfer. Die Ablösesumme wird bei 46 Millionen Euro fix sein, plus Bonuszahlungen. Sein Vertrag wird bis 2028 laufen. Und Palinja wird seinen Medizincheck nach der Europameisterschaft absolvieren. Wie heute exklusiv bekannt wurde, haben der FC Bayern und Fulham in den letzten Stunden einen Durchbruch in den Verhandlungen erzielt. Der Deal wird zustande kommen. Palinja das Wunschziel für Company, Airball und Freund. Und die Saga ist vorbei. Endlich, wie gesagt, bei nahe einem ganzen Jahr gibt es jetzt den Deal. Da noch im alten Trikot Joao Palinja zum FC Bayern München. Es ist nun also endlich fix. Es haben viele verschiedene Medien jetzt berichtet. Der Transfer wird also durchgehen. Das einzige Thema, was noch strittig ist, ist die Ablösesumme. Denn, wie eben gesagt, bei Florian Plettenberg wird von 46 Millionen Euro gesprochen, plus Bonuszahlungen. Dann habe ich hier einmal Peter Ruzzer, der für The Athletic berichtet. Ihr seht es hier, die haben 800.000 Follower. Sehr seriöse Quelle und auch er selber mit 20.000 Followern. Er schreibt, und es ist tatsächlich, er schreibt nämlich auch hier in Euro, egal ob auf Englisch oder hier auf Deutsch untersetzt, dass die Ablösesumme 51 Millionen Euro ist, plus 5 Millionen Euro in Zusatz, also Bonuszahlungen. Was ein Rekordverkauf für Fulham wäre. Es soll wohl das dritte Angebot vom FC Bayern München in diesem Sommer gewesen sein, was die Kollegen von Fulham jetzt endlich annehmen. Und, was das nochmal bestärkt, ist ein zweiter Report, und zwar von Nizar Kinsella. Er hat eine halbe Million Follower und berichtet für BBC Sport. Die haben 10,7 Millionen Follower. Also ebenfalls das. Seriös, und auch hier kann ich euch die Übersetzung zeigen, auch hier wird von Euro gesprochen. Er berichtet ebenfalls von diesen 51 Millionen Euro, plus 5 Millionen Euro Bonuszahlungen. Und zudem bestätigt er nochmal die Information, dass der Medizincheck nach der EM durch ist. Joel Paulinia war ja im vergangenen Sommer schon beim Medizincheck in München. Es wurden wohl sogar schon die Fotos gemacht mit Paulinia im Trikot und so weiter, die Pressebilder, um diesen Transfer dann zu verkünden. Und das ist dann in letzter Sekunde geplatzt. Hier habt ihr es auch nochmal, ich habe mal auf meinem Kanal einfach nach Paulinia gesucht. Und da gab es wirklich viele, viele, viele News-Videos, die ich jetzt schon zu Joao Paulinia gemacht habe. Also hier natürlich nochmal vor einigen Wochen erstes Angebot für Paulinia abgelehnt. Transfer geplatzt, das Ganze dann vor den 10 Monaten. Torels Wunschspieler kommt, da war es dann erst durch. Ich glaube, das ist sogar, ist das am selben Tag passiert. Es könnte sein, dass es das T-Shirt da drunter ist. Dann die Vertragsverlängerung von Joao Paulinia beim FC Fulham. Dann hieß es vor neun Monaten nochmal, Paulinia ablöst es sogar über 100 Millionen Euro, ob der so teuer wird. FC Bayern erzielt Einigung mit Paulinia vor fünf Monaten, aber trotzdem kein Transfer im Winter. Es ging so viel ab. Update zu Paulinia auch nochmal vor sieben Monaten. Also es gab da sehr viele. Und natürlich der Livestream am Deadline-Day, als der Transfer von Joao Paulinia dann im Endeffekt geplatzt ist und dann XXL-Ablöse für Joao Paulinia. Sie soll jetzt im Endeffekt, wir können uns sicher sein, irgendwo zwischen diesen 45 und 51 Millionen plus 5, also maximal 56 Millionen Euro, würde der FC Bayern München hier für Joao Paulinia hinblättern. Wir können ja nochmal kurz einen Blick auf den Marktwert von dem guten Herren werfen. Denn Joao Paulinia, aktuell 28 Jahre alt, 1,90 Meter groß, spielt bei der portugiesischen Nationalmannschaft, hat bei dieser EM drei von vier möglichen Spiele absolviert. Dann denke ich mal, hat er drei Spiele in der Startelf gestanden und eins dann gar nicht gespielt. Ich glaube, das heißt dann die 75 Prozent, Hälfte der Spielminuten absolviert, eine gelbe Karte bekommen. Marktwert 55 Millionen Euro auf dem Hochpunkt, weil er schon bei 60, als die Bayern ihn dann auch im Winter nochmal verpflichtet hat und unter die Lupe genommen haben, da hat man dann, ja da wurde ja auch schon von wesentlich höheren Ablössungen gesprochen, irgendwas in Richtung 80 Millionen oder noch höher. Jetzt sind es dann eben in Anführungszeichen nur, wirklich in großen Anführungszeichen nur, die 45 bis 51 bis maximal eben 56, maximal nur 56 Millionen. Das ist wesentlich, wesentlich günstiger, als es eben im Vorjahr geplant war. Und wenn wir jetzt hier nochmal ein bisschen die ausführlichen Statistiken gucken, sehen wir, das Spiel gegen Souvenien in dem Achtelfinale von Portugal hat Joao Paulina ein richtig gutes Spiel gemacht. Genau hier das erste Spiel gegen die Tschechen, stand er nicht auf dem Feld, hat er keinen Einsatz bekommen und dann zweimal für 45 Minuten jeweils die erste Halbzeit gespielt. Sowohl gegen die Türkei bei dem 3-0-Sieg als auch bei der 2-0-Niederlage gegen Georgien und dann eben 120 Minuten, starke 120 Minuten, meine Achtung nach, gegen die Portugiesen, äh gegen die Portugiesen, für die Portugiesen, gegen die Slowenen hier in diesem Achtelfinale, was Portugal knapp gewinnen konnte. Wir sehen hier bei der Europameisterschaft, das kann nicht, ganz klar nicht stimmen, 120 Minuten auf dem Feld, weil das ist, passt nicht, aber irgendwie die Statistiken, okay die Statistiken hier sind glaube ich nicht aktuell, ähm, aber hier nochmal, genau, ist das das Spiel, nur die Statistiken hier, aus dem Spiel, 3 Abschüsse gehabt, der war sehr knapp, das war der beste Abschluss, äh, dann nochmal nach einer Ecke, 3 mit dem rechten Fuß, Standardsituation Ecke, 2 Kopfbälle und sogar 2, achso, das waren wahrscheinlich dann die beiden, die beiden Abschlüsse im Strafraum, plus die Schüsse außerhalb, also das Spiel hat mir richtig gut gefallen, persönlich, von Joao Paulina, er steht jetzt ja im Achtelfinale, wird da mit den Portugiesen auf die französische Nationalmannschaft treffen, falls da der ein oder andere den Turnierbaum nicht vor Augen hat, kann ich euch den auch sehr, sehr gerne nochmal eben gleich einblenden, dann im Halbfinale, wenn sie denn weiterkommen sollten, wäre potenziell der Gegner hoffentlich natürlich, die deutsche Nationalmannschaft, die haben wir den Turnierbaum, Spanien gegen Deutschland am Freitag, natürlich, da kommen wir weiter, Deutschland kommt ins Finale, gewinnt die EM natürlich, und dann hier in Portugal gegen Frankreich mit Joao Paulina, der dann da im defensiven Mittelfeld, wahrscheinlich, wenn das spielen wird, und da gehe ich stark von aus, viele Wege machen, geht gegen Mbappé, gegen Griezmann, gegen wer auch immer, Thüringen, Dembele, Colomani, Bacola, jeder von denen hat schon ein Spiel gestartet vorne drin, wer auch immer das spielen wird, ich bin sehr gespannt, der Transfer ist jetzt also endlich durch, die Bayern haben den defensiven Mittelfeldspieler bekommen, um den sie jetzt so, so lange haben wollten, mit dem man so lange verhandelt hat, um den es so, so lange ging, also endlich ein richtiger Abräumer, dann ist natürlich die Frage, wenn wir uns jetzt hier mal das Personal angucken im defensiven Mittelfeld, wer wird davon gehen? Joshua Kimmich, ein Kandidat, der den Verein verlassen könnte, gleiches gilt für Leon Goretzka-Kimmich, ja, heißer Kandidat bei unter anderem Barcelona, auch Pep Guardiola-Manager City soll an ihm interessiert sein, denn Padovic wird gehalten werden für die Position, Novus Wonarek wird maximal ausgehen, aber ich glaube sogar, dass der hier bleibt mit dem Profikader, Ibrahimovic eher einer, der für mich in den Angriff gehört, Jamai Musiala auch, das ist ein offensiver Mittelfeldspieler, für mich gehört der in den Angriff, also dementsprechend haben wir eigentlich Alex Paolovic als einzigen richtig defensiven Sechser, und wo ist denn Rafael Guerreiro, der hier auch auf der Sechse gespielt hat, wird hier als Innenverteidiger gelistet, daher bin ich sehr, sehr gespannt, schreib du mal sehr, sehr gerne deine Meinung zum Transfer von Joao Paulina in die Kommentare, jetzt ist es endlich durch, bist du froh, bist du nicht froh, 45 Millionen plus Bonuszahlung, 1,15 Millionen plus Bonuszahlung, was hältst du von dem gesamten Paket, schreibst du mir sehr, sehr gerne in die Kommentare, check noch ein anderes Video ab, abonniere den Kanal, um in Zukunft nichts dazu zu verpassen, hau rein, ciao, ciao.